Hallo und herzlich willkommen zurück zu... ...spuren auf dem Boden sehen aus wie Talisman-Position. Aber aus welcher Richtung sollte ich sie mir ansehen? Willkommen zurück zu Alone in the Dark, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bevor er uns hier vollquatscht. Eine Monografie von Jael Klein. In Ludwig Prinz' Buch über heidnische Rituale mit dem Titel Geheimnisse des Grabes, übersetzt von Nikolas Vache, finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch, der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes, dass es angemessener wäre, ihn Wurm durchzunennen, in Anlehnung an den lateinischen Vermes Kultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz' Buch, The Vermes Mysteris, wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Vaches große Anstrengung schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prin den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Sönigdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Falle des Dolches doch die Übersetzung nicht so hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Vachy mit seinem Patron scheint es, als hätte Vachy mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gehabt. Vachy hatte Prinz' Verwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird, so wie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Vachy sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinz' Buch zu beschreiben versucht. Die symbolische Bedeutung der Form wird offensichtlich, wenn man sich dem Einsatz der Klinge widmet. Im Abschnitt zu Besessenheit und Exorzismen finden wir, der Schlangendolch vergiftet den Vergiftenden im Opfer und fühlt so zu Frieden. Wo der wörtliche Text uns sagen mag, dass der Wurmdolch den Dämon überwindet, der das Opfer plagt, so sagt er uns nichts zu dem Grund dafür. Nur, dass der Dolch aus irgendeinem Grund gegen den Dämon gewinnt, als habe er eine bessere Hand im Poker. Warichs Übersetzung erlaubt es uns, der zugrunde liegenden Logik der rituellen Magie zu folgen, die hier durchgeführt wird. Vergifte den Vergifter erinnert an Feuer mit Feuer bekämpfen, dass der Priester, um den Dämon im Opfer zu verletzen, ihn mit einer Macht bekämpfen muss, die dem Bösen vertraut ist. Schlangendolch ist daher nicht nur eine gute Beschreibung der Form, sondern hilft uns auch beim Verständnis dafür, wie er als nützliches Werkzeug für einen Exorzismus gesehen werden konnte. Und schlussendlich hilft es auch unserem Verständnis für ihr Verhältnis zum Wahnsinn, dass er als eine Vergiftung des Geistes verstanden wurde und weniger als etwas, das ihn kontrolliert. Man sollte auch den faszinierenden Fakt festhalten, dass die Besessenen immer als im Kopf und nicht im Herzen vergiftet galten. Der Schlangendolch wurde immer durch das Auge des Besessenen eingeführt. Was zur teilweise Blindheit führte, sollte er das Glück haben zu überleben. Okay. Interessant. Jetzt Telefon auf einmal. Hallo? Detective Corny. Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schatten, Mann. Sie können ihn nicht retten. Tja, ich habe es lang alles getan, was er wollte. Und es gibt nur noch eine Sache auf der Liste. Ich erwarte, dass er sein Versprechen hält und Jeremy unversehrt zurückgibt. Mehr Zeit haben wir nicht, Detective. Wir sehen uns bald. Okay. So, die kaputte Uhr. Ja, toll. Ist da irgendwas im Buch? Okay. Was soll ich denn das wissen? Oh, meine Fresse. Ah. Nein. Wieder so ein Rätsel. Aber ich habe hier keine Nummer. Nichts jetzt dafür. Glauben Sie, dass alle bei dieser Kurzsache mit drin hängen? Oh, Jeremy? Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie zu diesem Zeitpunkt noch eine Wahl haben. Wir müssen einfach einen Weg finden, das alles aufzuhalten. Ja. Ja. Oh. 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 Okay. Da 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 da. Aber soll ich denn die Nummer kennen? Jetzt. Oh na, komm. Komm zurück. Ich dachte mir jetzt vielleicht, weil ich keine Nummern hab Weil ich halt wirklich nix hatte Dass ich auf 0,0 halt geh Geht es Ihnen gut? Sie sehen verstört aus Nur dieses dämliche Telefon Ich weiß, ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen Die Leitung ist vollkommen tot Es ist dichter Ja, nein, das Telefon ist kaputt Okay Jo, oder? Ich glaube, das werden Sie sehen wollen Ist etwas in dem Schrank? Ja, sehen Sie nicht das sehr offensichtliche Portal nach Nach was auch immer Jeremies Wahnsinn als nächstes heraufbeschwört Ich verstehe nicht, soll das eine Modemetapher sein? Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie machen? Sie sehen das nicht? Na gut Alles gut Wir sehen uns später Gehen Sie in den Schrank? Ja Haben Sie da ein Problem mit? Nein Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective Tut mir leid, ich wollte nicht Adieu, Miss Hartford Weil ich hatte keine Nummer Ich hatte nichts Also dachte ich mir Oh, komm, dann resetten wir mal alles auf Null Wo zur Hölle sind wir denn Jetzt schon wieder? Wo ist das? Ich weiß ja nicht Okay, weiter Wir haben einen Quick-Ting vorne Okay Und hier oben. Wo sind wir denn jetzt? Sieht mal alles so aus wie böse Kutolo-Kram hier. Alles grün und alles böse, dunkel, finster. Warum bin ich denn so langsam? So, wo bist du? Hey, Sie! Was machen Sie hier? Was ist das für ein Ort? Hören Sie um die TN? Sie sind hier nicht willkommen. Hey, ganz locker! Ich bin nicht Ihr Feind! Ich bin nicht Ihr Feind! Ich bin nicht Ihr Feind! Ja! Ah! Boah! Ah! Ah! Bitte nachladen! Ah! 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 Mach ich auch! Ah! Gut! Jacob! So! Jacob hier auf die Fresse gekriegt, hä? Oh mein... Natürlich der Stier! Ich hab' mir schon gedacht, dass du nicht wolltest, dass ihre Sterne richtig stehen, Jeremy. Oder vielleicht ist es auch genau das, was nötig ist, um ihre Manie in den Griff zu kriegen. Sie? Ich habe alles in... Wow. Moment. So, jetzt aber. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Okay, bitte beruhig dich. Okay. 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 helfen können ohne seinen verstand in denen eine austin zu verwandeln aber er wird leben natürlich so lange ihm jemand zu essen gibt wird er uns noch alle überleben äh scheiße was habe ich getan gut ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten folge quatsch mal noch mit den ganzen leuten hier und alles danke ich mir fürs zuschauen und vielen dank für eure aufmerksamkeit wenn es euch gefallen hat gerne wieder einen daumen nach oben da lassen da würde ich mich sehr freuen haut ihr rein und ciao